In dieser Woche werden maßgebliche Entscheidungen fallen, die dann wegweisend sind, möglicherweise auch für die Aktienmärkte auf jeden Fall, aber auch politisch. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche, was da zu erwarten ist. Schauen wir uns doch einfach mal gesammelt das an, was da zu erwarten ist. Wir haben das FED-Meeting. Okay, da wird nicht so wahnsinnig viel Neues erwartet, aber möglicherweise Aussagen, die dann doch ein bisschen Klarheit bringen, warum die FED derzeit so agiert, wie sie agiert, nämlich die Zinsen unverändert lässt, obwohl derzeit ja die Konjunkturdaten zumindest jetzt am Arbeitsmarkt zuletzt doch anständig waren. Dann haben wir die UK-Election am Donnerstag, also die Wahlen in UK. Der Brexit ist ja ein Thema, das mental von den Märkten schon komplett abgeräumt wurde, aber das dürfte uns dann nochmal auf den Tisch kommen, wenn die Dinge dann wirklich sich in der Realität zeigen. Was bedeutet das wirklich, wenn UK plötzlich nicht mehr in der EU ist, wenn jetzt Johnson die Wahl gewinnt und dieser Austritt dann endlich sich vollzieht? Das Aramco-IPA, also der Börsengang von Aramco, der wird sicherlich im Vordergrund stehen. Wir haben die Geschichte über das Impeachment von Donald Trump, das im Abgeordnetenhaus beginnt. Auch das wird im Fokus stehen. Aber wir haben vor allem die Tariff-Deadline, die Zoll-Deadline. Bis Sonntag muss irgendwie Donald Trump sich äußern, kommen die Zölle, kommen sie nicht. Unterdessen hat die Financial Times berichtet, dass da die chinesische Führung in Peking angeordnet hat, schon eine Zeit lang her, dass alle ausländischen IT-Komponenten, IT-Infrastruktur ersetzt werden soll, durch chinesische. Und man kann sich vorstellen, aus welchem Land kommt die IT-Infrastruktur. Die China hat überwiegend natürlich aus den USA. Da ist eine Dell, da ist eine HP, da ist Microsoft vorwiegend. Das sind die drei großen Firmen. Die würden um und bei, naja, im dreistelligen Milliardenbereich jährlich an Umsätzen verlieren, wenn diese Ersetzung wirklich kommt. Das zeigt, dass Peking eben Washington nach wie vor mit Trauer sich unabhängig machen will, in der Infrastruktur praktisch eine Entkoppelung der Wirtschaften hier vorantreibt. Das ist nach meiner Anführung kein so richtig tolles Omen. Wir haben dann Zahlen gesehen am Wochenende zu den Importen und Exporten. Chinas Importe sind überraschenderweise gestiegen, während die Exporte gesunken sind. Jetzt hat alles zwei Seiten einer Medaille Importe. Wenn sie steigen, könnte man sagen, ja, okay, das ist ein Zeichen für heimische Nachfrage. Das ist gut für die, als Zeichen für die Binnenkonjunktur in China. Aber die Exporte, die zeigen eben auch, dass der Handelskrieg hier seine Spuren hinterlässt, dass China sein Geschäftsmodell offenkundig ändern muss. Wir haben Daten aus Japan gesehen. Deutlich besseres BIP überraschenderweise. Das BIP zum Vorjahresquartal 1,8% und 0,4% zum Vorquartal. Und das, obwohl wir katastrophale Daten zuletzt zur Industrieproduktion gesehen haben aus Japan, zu Exporten, Importen, die deutlich rückläufig waren, so stark rückläufig wie seit Jahren nicht mehr. Also wie diese Zahl kommt, das ist ein bisschen überraschend. Aber will ja jetzt noch ein großes Stimulusprogramm auflegen, nachdem die Notenbank ja schon das vorexerziert hat, was die EZB ja auch vorhat, nämlich so ziemlich alles aufgekauft, was aufzukaufen ist. Geholfen hat es trotzdem nicht so wahnsinnig viel, wenn man mal diese mageren Zahlen betrachtet, bei all den Geschichten, die hier passiert sind. Aber wir haben natürlich vor allem Madame Lagarde heute, nicht heute, sondern in dieser Woche, am Mittwoch, am Donnerstag genauer gesagt, das erste Mal, dass sie eine eigene Pressekonferenz gibt zu der Sitzung. Normalerweise ist es so, dass die Märkte erst mal mit Volatilität reagieren, weil sie sich sagen, hey, wir wissen gar nicht, wie jetzt dieser neue Notenbankchef agieren wird, erinnern wir uns, als Paul die Nachfolge von Yellen antrat. Da ging es auch ganz schön zur Sache und man musste sich ein bisschen gewöhnen an Rhetorik, an Stil, an Prioritäten des neuen Notenbankchefs. Das dürfte diesmal auch kommen. Davon ist auszugehen, wir haben normal saisonal das Muster, dass es jetzt bis etwa zum 15. schwieriger wird, 15. Dezember, für die Aktienmärkte, bevor dann normalerweise die Jahresrallye einsetzt, die Santa Claus Rallye. Das ist per Definition die Rallye, die nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr passiert, weil alle so optimistisch sind. Derzeit ist das der Fall. Und das, obwohl hier ein neuer Bericht zeigte, dass es offenkundig am Repomarkt die Hedgefunds sind, überraschenderweise, die hier schwer engagiert waren. Und es sind die amerikanischen Großpakten, die offenkundig diesen Hedgefunds misstrauen und dementsprechend sich geweigert hatten, Liquidität diesen Hedgefunds zur Verfügung zu stellen, die am Repomarkt aktiv waren. Und da musste man mit hohen Hebeln agieren, um da wenigstens noch eine kleine Marge rauszuholen. Und das scheint einmal schiefgegangen zu sein. Dementsprechend musste die Fed offenkundig agieren und musste hier intervenieren. Das zeigte, dass da möglicherweise einige Hedgefunds in Schieflage geraten sind. Aber die Aktienmärkte, die sagen sich, das hat nichts mit uns zu tun. Denn wir haben globale Erholung. Hier sehen wir die globalen PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes. Die haben sich ein bisschen erholt. Das ist richtig. Wir sehen also jetzt, dass erste Stabilisierungstendenzen der Fall waren. Die Frage aber ist, ist das sozusagen jetzt eine Trendwende? Davon gehen die Märkte aus. Das ist eingepreist. Oder ist das nur eine Zwischenerholung? Wir hatten ja jetzt am letzten Freitag katastrophale Daten aus Deutschland in Sachen Industrie. Wir werden sehen, was da passiert. Schauen wir uns mal die Situation an den Märkten an. Hier sehen wir den Dow Jones, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, auch in dieser Woche. Wir sind knapp unter der 28.000er Marke beim Dow Jones. Wir haben den S&P 500, der am Freitag ja diese Hurra-Bewegung gemacht hat, als eben die Zahlen besser waren zum US-Arbeitsmarkt. Da schauen wir uns mal an, was das beim DAX bedeuten wird. Der 13.169, der ist mehr oder weniger so ein bisschen in der stabilen Seitwärtslage derzeit. Nach oben fehlt die Kraft, nach unten der Wille. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.161 ist ein bisschen runtergekommen, ja, am Freitag. Aufgrund der starken US-Arbeitsmarktdaten aber dann auch wieder gestiegen. Und wir haben Gold bei 1.461 eben aufgrund der Arbeitsmarktdaten ein bisschen beeindruckt, um dann sich wieder zu erholen. Also, normalerweise werden wir in dieser Woche mehr Volatilität bekommen. Wir hatten ja in der letzten Woche schon Anfang der Woche diesen stärkeren Rücksetzer. Dann kamen am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Alles war wieder schick, alles war wieder gut. Das Narrativ, die Erzählung in den USA lautet, wir haben eine ganz, ganz tolle Konjunktur. Dieses Narrativ ist falsch. Die US-Konjunktur hat durchaus ihre Schwierigkeiten, was wir bald in den Zahlen sehen werden. Aber es wird eben so angenommen. Jetzt die Frage, kriegen wir diese Strafzölle? Das ist wirklich eine wichtige Frage für die Märkte, denn da geht es um Investitionssicherheit. Da geht es darum, wie überhaupt weiter die politische, geopolitische und ökonomische Lage beurteilt wird. Wo fließt Geld hin? Wo bleibt es weg? Deswegen ist das zentral. Wir haben dann die Brexit-Thematik, die Notenbank-Thematik. Also es wird wenigstens ein bisschen Action jetzt reinkommen in dieser Woche und wahrscheinlich eben auch Volatilität. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in dieser Woche und sage Servus und Ciao.